Der beste HD-Fernseher bringt Ihnen nichts, wenn Sie nicht den passenden Receiver haben. Und genau den finden Sie in diesem digitalen HD-SAT-Receiver von Auvisio. Das kompakte Multitalent bringt Bilder in brillanter HD-Auflösung auf Ihr TV-Gerät, fungiert als Media Player oder als Pay-TV-Decoder. Die Anschlussvielfalt lässt keine Wünsche offen. Von HDMI, über SCART, USB, Composite-Video und mehr ist alles Notwendige an Bord. Viele digitale Sender strahlen bereits im Full-HD-Format aus, das der Receiver in gestochen schärfer Qualität auf den Schirm bringt. Der Receiver ist blitzschnell startklar. Der automatische Sendersuchlauf findet im Nu die verfügbaren Sender. Durch die zahlreichen Komfort-Features wie den elektronischen Programmführer oder zeitversetztes Fernsehen wird das TV-Erlebnis zum echten Vergnügen. Um verschlüsselte Programme zu erhalten, schieben Sie einfach das entsprechende Cam-Modul in den CI-Slot und schon erhalten Sie Pay-TV in Top-HD-Qualität. Falls das TV-Programm mal nichts hergibt, gibt der Receiver Filme, Bilder oder Musik auch direkt vom USB-Speicher wieder. Eine Fernbedienung zur komfortablen Steuerung des Receivers gehört natürlich zum Lieferumfang. Dieser flexible HD-Sat-Receiver ersetzt Ihnen Media Player und Pay-TV-Decoder und zaubert Ihnen zusätzlich perfektes Fernsehen in HD-Qualität aufs TV-Gerät. Ein unschlagbares Angebot, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017